Ich geh mal mit rein. Hier kann man die Leer als Klick stärker auf daten, die ihnen ein Traumfeld aufzubauen wird, dass der langweilig auch Traumskräder in den Reifen hat, der dann ja irgendwann nicht mehr in den Leer rauskommt und dann entkommt. Hier kann man hier sehr schön das Sehen. Und auch das schlafen Leben funktioniert im Super, das ist immer noch schwieriger für das Pferd, weil es so gesehen, da gar keine Zunftmöglichkeiten mehr hat. Das funktioniert nicht wie beim Hund, wir drücken den Kummer runter und das Pferd liegt mit Hilden, das geht halt leider nicht. Das Pferd ist ein Schlafen, das Luft hier, weswegen es extrem schwierig sein kann, ein Pferd das Fliegen, das Knien oder das Sitzen später beizubringt. Das Sitzen, was ihr vor an der Kafffahrt und Sessi gesehen habt, unter anderem das Fun Angels nicht. Das ist aber noch anbetracht, das ist eine Runde gar nicht ein Drama. Da waren wir noch etliche Jahre. Und das Sonntiment funktioniert. Es ist aber cool. Und das Sonntiment funktioniert. Es ist aber cool. zwischen den beiden Pferden, der kann man um die Rangordnung herrscht und sieht man auch, dass der Pferd ist, dass er nicht im Grundfass hat. Der Pferd geht dann auch um das Planeten. Der Pferd geht dann auch um das Planeten. Wir wollen zeigen, dass die drei in einer Reihe zeigen.